Einen schönen guten Dienstag und damit herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chartcheck, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Wir feiern die nächste Premiere in diesem Format und holen ganz liebe Grüße in die Heimat, drei Ausrufezeichen, die Darmstädter Software AG auf die Chartcheck-Bühne, die in diesem Jahr übrigens auch feiern, die Software AG, nämlich ihr 50-jähriges Firmenjubiläum. Und heute kommt noch ein Feiergrund hinzu, denn mit den Zahlen fürs dritte Quartal konnten die Erwartungen der Analysten übertroffen werden. Der Umsatz stieg um 7 Prozent im Vergleich zu Q3 2018 und damit könnte die Durststrecke bei Software AG jetzt zu Ende sein. Im Chart sieht das dann wie folgt aus, heute per Gap-Up ein Plus von zwischenzeitlich 11 Prozent und der Sprung an beziehungsweise über die 200-Tage-Linie und die 30-Euro-Marke. Da müssen wir jetzt den Schlusskurs natürlich abwarten. Und das müsste eigentlich die bullische Auflösung dieses Bodens sein, der sich nach dem Jahrestief vom 15. August bei 22,80 zwischen 24 und 26 Euro ausgebildet hatte. Wenn die Rückeroberung der 30er-Marke jetzt auf Anhieb gelingt, wofür wir wie gesagt den Schlusskurs heute Abend noch abwarten müssen, wäre das ein ganz wichtiger Schritt zurück in diese neutrale Range, die seit Jahresanfang das Kursgeschehen bestimmt. Zur Erinnerung, der Endstand 2018 waren 31,59. Das heißt, die bisherige Jahresperformance 2019 stand jetzt immer noch leicht negativ. Ja, was müsste jetzt passieren, um das ins Positive umzukehren? Auf jeden Fall der Rebreak bei 32 Euro und im Anschluss dann der Sprung über die 34er-Hürde, um von dort aus das amtierende Jahreshoch vom 28. Januar bei 35,22 in Angriff zu nehmen. Die nächsten Kursziele wären dann immer schön weiter in Zweierschritten bei 36, 38 und 40 Euro zu finden. Aber das ist erst mal Zukunftsmusik, denn noch ist das Ding nicht durch. Sprich, wir müssen auch auf die Unterseite schauen. Und da haben wir jetzt natürlich direkt am GD 200 die obere Kante des Mega Gaps, wobei sich jetzt eine inverse Insel herausgebildet hat, denn da ist noch eine Kurslücke offen, genau genommen die vom 19. Juli, die zwischen 2857 und 2774 verläuft und damit nicht ganz so gewaltig ist wie die von heute, aber auch noch geschlossen werden müsste. Auf die sollte daher auch noch geachtet werden und dann natürlich auf die untere Kante des frischen Gaps bei 27,35, wobei es darunter auch schon wieder um die 26er-Barriere und damit um einen Rückfall in die altbekannte Bodenzone gehen würde. Damit, also mit dem Rückfall, wären die bullischen Tendenzen dann auch schon wieder komplett zurückgenommen, das heißt als letzte mögliche Wendemarke für ein Trend bestätigendes Pullback, können wir uns ganz klar die 28er-Marke bzw. eben die untere Kante des Gaps von heute auf den Zettel schreiben. Wir bleiben da jetzt jedenfalls dran und Sie hoffentlich auch. Jetzt aber erst mal einen schönen Tag für Sie und einen Daumen hoch für mich, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus bis morgen.